Genau, so. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Das hier unten ist eine Spawn Arena für Schleime. Wieso gerade hier? Ja, gerade hier aus dem Grund ich habe mehrere Minen. Irgendwann kamen die Pistons. Vorher brauchte man ja die Schleime ja nicht. Und ja, ich bin durch mein Minen gegangen und habe gehofft, dass ich irgendwann mal einen Schleim entdecke. Und das habe ich in dieser Mine. Und dazu habe ich dann irgendwann begonnen habe ich dann hier irgendwo einen Schleim entdeckt der hier rumgehüpft ist und habe dann die Mine klargeräumt. Aber wie ist dieser Wasserfall entstanden oder der Lavafall, der ist auf dem anderen Weg entstanden. Ich habe irgendwann die Mine aufgegeben weil ich unten angekommen bin. Ja, was habe ich mit der Mine gemacht? Ich hatte einen Haufen Sprengstoff. Ich habe mir gesagt, das Ding sprengst jetzt mal in die Luft. Ich habe ungefähr drei, vier Stacks Sprengstoff genommen. Hier unten verteilt. Jetzt nicht so nach oben hin verteilt, sondern richtig schön in die Gänge rein. Also zwei, drei, vier, vier, also zwei, drei lag ich. Wenn ich extra auskomme, bin ich einfach nur in diese Gänge reingelegt. Da ich hier so einen zentralen Abgang hatte. Der müsste hier jetzt ungefähr sein. Genau, hier müsste es ungefähr irgendwo ein zentraler Abgang sein. Vor diesem zentralen Abgang habe ich ein Stück TNT drauf geschmissen und habe geguckt, was passiert. Ja, und übergeblieben ist halt hier so ein großer Raum. Man sieht auch die Form der Raussprengung. Auch schöne Lava-Fälle sind entstanden, wie hier, hier der große. Unter anderem sind Sprengladungen auch eigenartige Regeln gegangen und haben sich extrem weit entfernt von der Hauptzündung und sind dann hinten irgendwo explodiert. Oder auch hier, wie sieht man es, wie hier ein Stück rausgesprengt wurde. Oder auch hier. Da ich ja schon erwähnt habe, dass ich diese Karte zum Download anbiete, werdet ihr hier diese Karte selber kunden müssen, weil diese Mine enthält ein kleines Geheimnis. Das Geheimnis ist hier in der Mine versteckt. Ich würde es euch auch gerne zeigen, aber Ja, aber da hier alles ziemlich dunkel ist, wie man jetzt hier sieht, wäre das Beeindrucken davon weg. Also wirft ihr das selber akkunden, das Ganze. Oder ich euch hier lange nicht mehr viel zu zeigen habe, dann fahren wir wieder nach oben. Diese Mine ist auch von ganz oben bis ganz unten gebaut. Sowieso von ganz oben bis ganz unten. Das hat den Grund. Ich wollte wissen, auf welcher Ebene ungefähr was vorkommt. Das heißt, Kohle, Eisen, Gold, Diamant, Redstone. Das heißt, ich habe es nicht im Internet nachgelesen. Irgendwann habe ich es dann nachgelesen und habe dann wirklich angefangen, nur noch auf Ebenen zu buddeln, die mir sinnvoll erschienen sind. Weil Eisen habe ich dann irgendwann aus diesen Höhlen geholt, die hier überall auf der Karte versteilt sind. Und dann war und liegt also noch Gold, Redstone und Diamanten über und dazu braucht man eben noch ein bestimmtes Ebenenbuddel. So viel zu diesem Wasserhaus. So, noch eine Ebene höher. Dann merkt man schon, weil er nicht mehr hier. Als nächstes möchte ich euch das Minecraft 2.0 vorstellen. Dazu haben wir das Minecraft 2.0 mitgenommen. Ich stelle die Weiche um auf Hexler 2.0. Die Weiche ist umgestellt. Steigen ein, drücken Taste und fahren los. Den dritten Bauabschnitt oder den letzten Bauabschnitt. Genauer gesagt, dritter Bauabschnitt. Das ist nicht unbedingt, aber letzten Bauabschnitt von diesem Minecraft-System. Muss ich dazu sagen. So. Hier sind wir beim Hexler. Wir bauen noch das Hexler. So, gehen wir mal weiter tiefer. Hier ist der Sammelraum. Hier ist ein endlicher Boden. Äh, ja. Na. Sammelpunkt, wenn man hier so standkommt, kann man von hier was bekommen und von hier. Der Unterschied ist, das Ding ist in einem Berg gebaut, der nach oben sich erstreckt. Das Ding ist nach unten gebaut. Trotzdem ist der Sammelpunkt auf der gleichen Ebene. Ich werde euch gleich auch zeigen, wie das funktioniert. Aber erstmal gehen wir an diesen Hexler. Wenn ihr eine meiner alten Folgen angeguckt habt oder meine zweite Folge oder die Festung, oh, gibt's doch gar nicht. Die Festung angeguckt habt, dann werdet ihr festgestellt haben, dass die unterste Ebene oder die Ebenen eben gebaut sind. Das heißt, es sind keine Stufen drin. Das Ding hier besteht aus verschiedenen Ebenen oder stufenweise angelegt, um halt diese Sprunghöhe zu überlasten, dass die nicht alle rausspringen können, die Monster, wenn sie mal drin sind. Das ist zwar immer noch möglich, wie man hier sieht, ich spreche mal kurz weiter, sieht man hier Schnee. In diesem Bereich nicht. Das heißt, dieser Berg war ich ja ausgehöhlt. Das war hier eigentlich mehr oder minder so ein großer Überhang. So ein U-Fürmer, so Torbe vor mir über überhang, wo ich einfach diesen Hexler reingebaut habe. Hier ist der Felsenbereich. So. Was hat das hier nichts für einen Sinn? Hier ist ein Ablauf. Hier in der Mauer. Da können wir uns doch gar nicht weiterlaufen. Naja, gut. Wie man jetzt sieht, hier bergab. Okay, hier kann man rausspringen. Hier ist noch ein weiterer Spawning Ground. Und das funktioniert auch. Ich drücke jetzt mal die Taste W beim Hochschwimmen. Wenn etwas in ein Monster reingetrieben wurde, sind sie automatisch irgendwann hierum angekommen. Woher springe ich jetzt wieder raus. oder weniger. Hier ist die Leiter. So. Hier ist auch wie ein unendlicher Brunnen. Damit man nicht mal so viel Wasser holen muss. Ja. So viel zu dieser Ebene. Die anderen Ebenen sind eh nicht aufgebaut. Deswegen werde ich die auch nicht weiter besuchen. dieses Ding hat einen Sinn. Und zwar ist das für Spinnen gedacht. Hier ist oben eine Ebene. Wenn die Spinnen nicht an der Decke hochkrabbeln oder an der Wand hochkrabbeln, krabbeln sie meistens immer da, wo der PC steht, also der Spieler. Dann würden sie hier reinlaufen und irgendwann würden sie einmal runterfallen. Das habe ich mal beobachtet. in der Beta noch, wo man die Monster nur mal einblenden blenden konnte. Dann sind sie hier reingelaufen und runtergefallen irgendwann. Dadurch sind uns diese Spinnenseide angekommen. Zwar nicht in dem Maßen wie die andere. Das ist auch relativ wenig Spinnenseide unten. Ich glaube, die Ton haben wir nicht reingeguckt. Das hören wir also noch. Um das Ganze hübsch zu halten, habe ich gesagt, ich versuche das Ding ein bisschen einzuhause mit viel Dreck. und habe versucht dann natürlich einen Berg draus zu machen. Naja, ist mir nicht wirklich gelungen. Deswegen gucken wir uns das Ding auch von Ausbruch weiter an. So, gehen wir weiter. Ich habe ja gedacht, es gibt noch einen zweiten Bereich. Den betreten wir jetzt. Ich werde euch nicht alleine vorstellen. Jetzt sind wir nach unten gegangen. Das ist ein Spinnfahrstuhl. Von wo der kommt, zeige ich euch gleich noch. Der ist ähnlich aufgebaut. Da wir jetzt unterhalb des Sammelpunkts sind. Jetzt auch hier wieder so ein Monsterfahrstuhl. Auf beiden Seiten. Wo der hingeht, das zeige ich euch. wenn wir wieder auf dem Weg nach oben sind. Zack, zack, zu, jetzt gehen wir tiefer. So, das ist die unterste Ebene. Tiefer geht es nicht. Dann kommen wir auch gleich zu. die Spinnfahrstuhl. So. Reingefallene Fahrstuhl. Das ist natürlich nicht sehr schlau. So, hier ist der Spinnenfahrstuhl. Wenn die Spinnen gespawnt sind, das müsste jetzt genau unterhalb der Sammelpunkt sein. das heißt, die Spinnen sind irgendwie hochgeladert hier rein und sind dann nach oben geschwommen. Die ganzen Ebenen sind genauso aufgebaut wie dann auch. So stufenweise, so treppenförmig. Einfach von den Plätzen in den Fels geschlagen. So, gehen wir mal nach oben. Ich zöge euch die W-Taste, damit es schneller geht. Also vom Prinzip her das Ding funktioniert. Wenn ich das loslasse, sieht man es, dass man hochgetrieben wird. Ja, man kommt von dem anderen Spawning Ground kommt man hier hinten hoch. Dann gibt es zwei Abläufe oder Zuläufe, wie man sehen möchte, oder mehrere sogar auf dieser Ebene. Aber hier mit ich hoch. dann gibt es noch diesen hier. Da springen wir jetzt mal rein. Gucken wir den an. Wir kommen hier hoch. Hier ist eine Treppe, weil platztechnisch es nicht besser ging. Und hier vorne sind wir auch schon im Wechsler. Hier ist die andere Kammer, wo man hochkommt. Also die verschiedenen Wege kommt man dann hier so hoch. Aber da ich nicht im Wechsler landen will, obwohl, wie man sieht aus, kommt man dann hier rein. Und stirbt dann. das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ist egal, ich weiß das Glas. Das war jetzt auch unklug, das bin wir wieder weg. So. Na, machen wir Tür wieder zu. So, hier sind die einzelnen Truhen, die Sammeltruhen. Hier sind Knochen drin, Federn, wo noch Federn fallen gelassen wurden von den Monstern, äh, von den Zombies. Pfeile und die Feilen, beziehungsweise Strings, ne, wenn ich bin. Hier ist auch nur Sprengpulver, also habt ihr die Karte downloadet. Bisschen Sand dazu und ihr habt Sprengpulver. Ofen, Werkbank, was man alles so braucht hier. So, das war die Vorstellung mit Hexlers, 2.0. Fahr mal wieder zurück. Ja, was könnte man heute während der Fahrt erzählen? Tja, ich werde gerade Geld wach nicht sein. So, wir fahren zum Stellwerk. Ich werde die Aufnahme eins fortsetzen, das heißt, ich werde jetzt definitiv noch den Bauernhof vorstellen und den Hafen. Das heißt, es wird eine Aufnahme werden. Ich werde es dann irgendwie untergliedern. Wie ich schon erwähnt habe, habe ich zurzeit immer noch nur 15 Minuten zur Verfügung. Das heißt, die Folgenlänge wird unter 15 Minuten bleiben. Falls wir jetzt irgendwo auftauchen, das heißt, ich habe gedacht, wir fahren hier Bauernhof, fahren wir halt mal hin. Falls wir jetzt irgendwo im Gebäude sind, ich werde die Aufnahme versuchen, so zu schneiden, dass die Gebäudevorstellung zusammenbleibt und dann so bei Wechseln von Gebäuden ein Schnitt existiert. Ich kann es nicht versprechen, ich versuche es einfach nur. So. Ah, hier ist eine Hülle angelaufen. Das haben wir gerade gesehen, den Tunnel habe ich direkt durch den Felsen getrieben. Hier haben wir ein Weichensystem. Das ist mein Kartenbilder mit. Hier habe ich mich auch ein bisschen am Stil versucht. Holzdach, gucken wir uns mal von außen an. Eine Holzbrücke, selten ist eine Steinbrücke, da geht es zum Hafen. Da hat die Flache das Dach gehalten. Das Gebäude ist ein bisschen höher, weil hier auch hier sind noch Reste vom Booster-System, vom Minecraft, vom alten System. Deswegen hat das Gebäude auch höher gebaut. So. Das Ziel ist hier ungefähr gleich gehalten. Das heißt, ein Grund, Rüst aus Holz, mit Cobblestone zugesetzt und Holzdach. Hier ist das Bauernhaus, so ähnlich aufgebaut, nur was jetzt Ende mit Treppen gebaut ist. Also das Ziel ist ungefähr gleich. Versucht ein bisschen symmetrisch aufzubauen. Die meisten stehen auf Symmetrie. Ich übrigens auch. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn mal so etwas entsteht. Das gehört halt einfach mal dazu, weil es kann nicht immer hundertprozentig symmetrisch sein. Weil hier ist die Küche. Es würde ein bisschen doof aussehen, wenn man den Glasbaustein hat. Ich habe es versucht, ich habe den Glasbaustein weggenommen. Es sieht besser wie mit Stein aus. Hier sieht man die Einrichtung. Ich habe mir wirklich ein bisschen Mühe gegeben mit dieser Einrichtung. Also das war das erste Gebäude, wo ich gesagt habe, hier muss auch eine Einrichtung rein. Hier habe ich ein Bett oder ein Doppelbett mit Truhen, Nachtische, viel Wolle, natürliches Bad. Das habe ich nicht weggemacht, das habe ich natürliches Bad draus gemacht. Ein Dachboden, den ich eigentlich mal als Raum benutzen wollte. Ich habe hier extra ein Erkerfenster eingezogen, zum Ausgucken. Als die Bäume noch nicht so hoch waren, konnte man sogar von hier aus dem Turm sehen.